Mein heutiger Interviewgast ist der Unternehmer Ralf Golanowski aus Espelkamp. Das liegt zwischen Minden und Osnabrück und der Ralf arbeitet heute als freiberuflicher Organisationsentwickler und er sagt, er ist der Zeitbeschaffer. Herzlich willkommen, Ralf, im Interview. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ralf, bevor du zum Organisationsentwickler und Zeitbeschaffer wurdest, wie fing es damals bei dir mit der beruflichen oder mit der Lebenslaufbahn, fangen wir mal nach der Schule, wie ging es damit los? Ja, eigentlich ganz klassisch. Mein Vater ist Tischler, Tischler bin auch ich. Das stand für mich damals in den 80ern unumstößlich fest. Und ich habe dann eine handwerkliche Ausbildung gemacht als Tischler oder Schreiner. Statt drei Jahre, ich habe es schon immer eilig gehabt, habe ich dafür nur zwei Jahre gebraucht. Und es war für mich der Weg vorgezeichnet, du gehst in die Möbelindustrie und versuchst dort in Führungspositionen zu kommen. Und für mich kam dann der erste Schock schon nach der Ausbildung. Bei 152 Tischlern im Kreis gab es einen, der Arbeit hatte. Der Rest musste zur Bundeswehr oder war arbeitslos. Der eine war ich. Und damals hatten wir einen Arbeitsmarkt hier in der Region, der halt sehr, sehr schwierig war. Und da war ich gezwungen, viel zu wechseln. Im Nachhinein ein sehr, sehr guter Zufall. Weil damals musste ich dann auch schon immer auf andere Situationen einstellen und ständig lernen. Und das hat mich mein ganzes Leben auch weiter begleitet. Und der erste richtige Bruch kam dann mit 22. Da war ich noch als Geselle in der Möbelindustrie unterwegs. Da sagte mein Rücken, das war's. Das heißt, mit 22 stand ich beruflich vor einem Haus. Ich konnte nicht mehr weiterarbeiten. Also was machst du? Wieder diese riesen Chance. Ich hatte dann die Möglichkeit, als Reha-Patient meinen Techniker zu machen. Staatlich geprüften Techniker. Heute gleichzusetzen mit dem Bachelor. Das ist also eine Ausbildung zwischen Meister und Ingenieur. Und die habe ich dann 92 erfolgreich abgeschlossen mit verschiedenen Zusatzqualifikationen. Und blieb bei meinem Ziel, du gehst in die Möbelindustrie in Führungsposition. Das klappte dann auch. Ich habe erst eine technische Leitung in einem Küchenmöbelunternehmen mit 140 Personen übernommen. Mit Anfang 20. Bin dort weg dann und in einen Möbelkonzern gewechselt. Und habe dort das Qualitätsmanagement Beschaffung für sieben Werke europaweit unternommen. Also es ging richtig gut vorwärts. Und nachdem ich das zehn Jahre gemacht habe, meldete sich mein Rücken mal wieder. Und sagte mir, pass mal auf, hier sonntags morgens in den Flieger steigen, dienstags nachts wiederkommen, mittwochs morgens wieder im Auto sitzen, in die Eifel fahren. Das funktioniert alle nicht so richtig. Und plus Belastung, Familie, Haus, Kinder. Und der Rücken sagte wieder mal, geht nicht. Hattest du da einen Bandscheibenvorfall? Ich hatte zwei Bandscheibenvorfälle gleichzeitig, Hals und Lände mit Lebungserscheinungen. Und ich war ein halbes Jahr komplett out of order. Es ging gar nichts mehr. Und als ich aus der Reha wiederkam und wieder halbwegs laufen konnte, hatte ich nach zehn Minuten ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten. Und weitere zehn Minuten später hatte ich meinen Aufhebungsvertrag in der Tasche. Weil der Konzern das Trieseln inzwischen angefangen hatte. Das was angefangen hatte? Das Trieseln angefangen hatte, kam in Turbulenzen. Ach so. Und die erste Maßnahme war dort von einer renommierten Unternehmensberatung, wir schmeißen mal 100 Angestellte raus. Und ich war mit dabei. Wie alt warst du dann? Dort war ich 38. Und vollkommen überrascht, weil der Karriereweg war eigentlich vorgezeichnet. Ich hatte während diesen zehn Jahren mich gut weiterbilden können im Bereich Qualitätsmanagement. Und ich war geplant als Gesamtleiter für sieben Werke. Wie ging es dir da in dem Moment? Das hat mir schlicht und ergreifend den Boden unter den Füßen weggerissen. Zur Krönung war dann auch noch genau in der Woche 9-11. Wo ich da gesagt habe, okay, die Welt bricht gerade mal komplett zusammen. Und ich habe mich dann umorientiert auch wirklich in mich gegangen und gesagt, was willst du da eigentlich machen? Willst du dieses unstete Leben weiterführen, nur für Geld, nur für Karriere? Riskierst du nicht auf Dauer als Mensch dabei vor die Hunde zu gehen, dass deine Familie in die Brüche geht, sonstige Dinge? Und hatte dann wieder eine schöne Chance, eine Tür, die aufging, die Möglichkeit in einer regionalen Unternehmensberatung anzufangen. Relativ klein, aber geberverbandsnah. Erst einmal als kleiner Berater. War für mich auch relativ neues Geschäft. Hat nicht lange gedauert. Dann habe ich diese Beratung als Angestellter mit PPA geleitet, mit einem Team von sechs Mitarbeitern. Toll. Und habe da schon das gemacht, was ich heute tue. Nämlich kleine und mittelständische produzierende Unternehmen bei Veränderungen zu begleiten. Und auch da dann wieder knapp zehn Jahre später gab es verschiedene Führungsthematiken in dem Haus. Wo ich dann mich gefragt habe, willst du das so weitermachen? Und blieb in einem Mandat hängen. Wieder Konzern. Etwas, was ich eigentlich nie wieder machen wollte. Aber dieses Angebot war so verlockend und gut. Nämlich ein internationales Projektmanagement aufzubauen zwischen St. Petersburg und Madrid. Nein, nicht mit dem Flieger. Meistens per Video damals schon. Und da habe ich dieses Angebot wahrgenommen. Eine ganz, ganz tolle Zeit. Dieser Arbeitgeber ist heute Kunde von mir. Und ich durfte dort sehr, sehr viel lernen. Aber nach drei Jahren, wie Konzerne halt manchmal so sind, ist es, ja, dein Schreibtisch wandert nach Polen. Oder wir machen einen schönen Aufhebungsvertrag. Ich habe das als Chance verstanden. Nach Polen wollte ich nicht. Nichts gegen Polen, aber ich bin hier verwurzelt. Und habe einen goldenen Handschlag mitnehmen können. Und gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt machst du endlich das, was du schon lange tun wolltest. Nämlich Unternehmensberatung, so wie du sie verstehst. Mal für die Zuschauer und Zuhörer, was bedeutet goldener Handschlag? Goldener Handschlag bedeutet ein gut ausgestatteter, finanziell gut ausgestatteter Auflösungsvertrag. Also eine gute Abfindung. Sehr gute Abfindung. Und auch dieses Ausgliedungsmanagement dort war echt toll. Deswegen arbeite ich mit meinem ehemaligen Arbeitgeber auch immer noch sehr gerne zusammen. Weil die in der Richtung einen guten Job machen. Und ja, was verstehe ich unter Beratung? Beratung, ich habe sie ja leidvoll festgestellt, wie sie wieder meinen inneren Werten stattfindet. Nämlich, dass man vergisst, um wen geht es denn eigentlich? Es geht nicht um ein Unternehmen und seine einzige Daseinsberechtigung, nämlich Erträge zu erwirtschaften. Es geht auch um die, die diese Erträge nämlich erwirtschaften. Das sind die Menschen in den Betrieben. Und das haben wir speziell in den 90ern, 2000ern in ganz vielen Unternehmen sträflich vergessen. Es ging nur noch um Shareholder-Value, um Gewinnmaximierung. Und die Einzigen, die dabei störten, waren die Mitarbeiter. Das ist jetzt ziemlich böse formuliert. Aber ich verstehe Beratung so, dass ich als Berater genauso wie auch als Führungskraft in der Verantwortung stehe, dafür zu sorgen, dass die mir anvertrauten Menschen Erfolg haben im Sinne des Unternehmens. Da kann ich mich als Führungskraft noch als Berater gegen den eigenen Erfolg fast nicht wehren. Und wenn wir das verstehen, mit Menschen gut umzugehen, sie abzuholen bei Veränderungen und Hand aufs Herz, wie geht es jedem von uns, wenn Veränderungen anstehen? Manche sagen, Gott sei Dank, endlich tut sich was. Aber ein bisschen Angst oder manchmal auch sehr, sehr viel Angst vor dieser Veränderung, was passiert hier mit mir, steht auch dahinter. Und wenn Beratung gut stattfindet, dann versteht sie es, Ängste zu nehmen. Und wenn Mitarbeiter keine Angst haben vor Veränderungen, da haben sie vielleicht immer noch Bedenken, aber sie sind viel eher bereit, es anzunehmen und mitzuarbeiten. Und das bedeutet dann am Ende des Tages auch, wenn der Berater weg ist, hat er nicht nur eine Rechnung und drei Aktenordner hinterlassen, sondern hat wirklich etwas bewirkt, was nachhaltig ist, was über einen größeren Zeitraum von den Mitarbeitern, die dort beraten worden sind, getragen wird und eben dann auch dem Unternehmen hilft. Ja, glaubst du, dass durch die vielen Veränderungen und Brüche in deinem Leben, dass du dadurch leichter mit Veränderungen umgehen kannst und jemand anderem, der, sage ich mal, vielleicht 30 Jahre in einem Unternehmen ist oder in einer Schiene, dass dem das sehr viel schwerer fällt? Definitiv, definitiv. Ich erlebe das ja heute auch immer wieder, wenn ich dort Mitarbeiter habe, die 10, 20, 30 Jahre lang das Gleiche gemacht haben, manche sogar noch länger, denen fällt es wirklich schwer, etwas zu verändern. Oft sind das auch Menschen, die schon sehr lange fast keine Veränderung haben in ihrem Tun und Veränderung ist dann eine Bedrohung für diese Menschen. Was passiert hier mit mir? Wie sieht mein Job künftig aus? Schaffe ich das überhaupt noch? Und diese Dinge werden häufig in Beratungsfällen vergessen. Und auch wenn ich mehr auf der technologischen und Management-Ebene bin, da sind die Key Facts für das, was ich mache. Aber wenn ich das, was ich tue, ohne die Menschen tue, ohne Empathie, dann kann es nur scheitern. Dann hilft alle Sachlichkeit nicht. Weil letztendlich muss das, was verändert werden soll, ja von den Menschen, die das tun, tun sollen, mitgetragen werden. Ansonsten funktioniert das nicht. Ja, jetzt sind wir ja gerade, also du hast jetzt viel von der beruflichen Seite gesprochen. Ich sage zum Beispiel immer, es gibt ja so mein Seminar, das Wunschkonzert, weil ich immer sage, wie in einem Konzert, wenn zum Beispiel die Klarinette schief spielt, tut uns das in den Ohren weh und wir gehen unzufrieden aus dem Konzert raus. Und genauso ist es im Leben, wenn die Lebensbereiche nicht harmonieren miteinander, wenn ich zum Beispiel schlechte Beziehungen habe oder einen Job habe, in dem ich nicht gerne bin oder mich nicht um meine Gesundheit kümmere, wie in deinem Fall, wirkt sich das auf alle anderen Bereiche ja auch aus. Richtig. Was hast du in den anderen Bereichen getan, damit es dir heute so gut geht? Also, wo ich aus dem Konzern damals, aus dem ersten Konzern, Möbelkonzern raus bin, hat das sich sehr, sehr positiv auch auf mein Privatleben ausgewirkt. Damals junge Familie, Haus gebaut, Kinder. Und ich wurde immer fetter. Ich habe damals locker 100 Kilo auf die Waage gebracht. Heute sind es 30 Kilo weniger. Und keinen Sport gemacht. Relativ unstetes Leben. Da habe ich war ständig unterwegs. Und mit diesem Rausgang aus dem Konzern, dieser Neuorientierung, regional in einer Unternehmensberatung, habe ich es auch geschafft, all diese Dinge umzustellen. Und mehr Zufriedenheit für mich selbst und auch für meine Familie zu finden. Und das war dann auch, als ich das in dem ersten Beraterjob dann immer weiterentwickelte in Unzufriedenheit, aufgrund von Führungsthematiken, die ich nicht ändern konnte, war das wieder gefordert. Selbst zu sagen, okay, wo bin ich eigentlich, wo will ich hin? Auf welchem Weg befinde ich mich? War das für mich die logische Konsequenz auch, das, obwohl sehr erfolgreich, jetzt geht's Handy, Entschuldigung, das hört gleich wieder auf, das dann wieder zu verändern und zu sagen, okay, ich gehe aus dieser einfach komfortablen Situation der Unternehmensberatung raus, wieder einen neuen Weg zurück in die Industrie, in den Konzern, war damals der richtige Schritt, weil es mir wieder neue Perspektiven brachte. Das Berufliche hatte sich dann direkt wieder aus Privater ausgewirkt. Genauso dann, wie dann endlich angekommen mit der freiberuflichen Tätigkeit, als ich mich 2013, 2014 selbstständig gemacht habe und da dann erfahren habe, ja, meine Vorstellung der Beratung funktioniert, ich kann davon gut leben, nicht nur monetär, sondern auch mein ganzes anderes Leben kann ich danach ausrichten. Ich bin sehr aktiv im Sport, konnte das dann gut miteinander verbinden, kann es immer noch. Diese Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, die Disbalancen, die immer wieder mal auftreten konnten, ob im Privaten oder im Beruflichen, die hängen schon miteinander zusammen und ich habe es letztes Jahr dann andersrum erlebt. Nach 36 Jahren Partnerschaft hat mir meine Frau offeriert, dass sich unsere Wege trennen werden. Für mich vollkommen überraschend. Ich war auf der Insel des Glückseligen. Das Haus war endlich fertig, das Geschäft läuft, die Kinder sind groß und gehen ihren Weg. Alles gut, schon gepult auf. Bereiten wir uns mal so langsam auf den Ruhestand vor. So kann es die nächsten 50 Jahre weitergehen. Ja, genau. Oder erst mal in 15 Jahren gehst du dann mal aus dem Berufsleben raus und es ist alles gemacht. Und letzten Sommer ist für mich die Welt zusammengebrochen. Komplett. Privat. Ich konnte über mehrere Wochen nicht arbeiten. Ich brauchte professionelle Hilfe. Auch da wieder ein gutes Netzwerk, was mich aufgefangen hat. Jetzt ist wieder alles gut. Ich habe auch das ungeheure Glück und bin in einer neuen Partnerschaft. Das heißt, diese Zession im Privaten bedeutet ja dann auch erst mal das Infragestellen von allen. Die Ruhe, die jetzt wieder da ist, hat mich als Person, so nehme ich es für mich wahr, wieder unheimlich weiterentwickelt. Auch im Beruflichen. Ich sehe auch jetzt wieder eine deutliche Entwicklung. Wie verstehe ich meinen Job? Wie tue ich ihn? Und damit beweist sich das für mich, dass dieser Zusammenhang immer da ist. Und Veränderung, auch erzwungenermaßen, bedeutet immer Chance, wieder was Neues anzugehen. Mit der Erfahrung von heute, wenn du noch mal 20 oder 22 hattest du ja, nee, mit 22 hattest du ja deinen Rücken schon, nee, mit 20 hattest du angefangen in dem Möbelkonzern, ne? Nee, nee, mit 22 war der Rücken das erste Mal. War dann doch schon der Rücken, genau. Mit der Sicht von heute oder mit der Erfahrung von heute, was würdest du da als 20-Jähriger anders machen? Schwierig. Eigentlich nichts. In Rückbetrachtung würde ich eigentlich nichts anders machen. Eins, was schön wäre, aber dafür muss man vielleicht auch erstmal diese Universität Leben ein Stück weit gehen, das mehr auf sich selbst achten, in sich gehen. Das mache ich heute ganz anders. Und noch stärker aufs Bauchgefühl zu hören und dann auch mal konsequent zu sein und zu sagen, nee, ich will das nicht, ich mache das nicht. Und das erzeugt letztendlich unheimliche Zufriedenheit. Zumindest mir geht es so. Ja. Wie sieht dein Leben heute anders aus, so vom Alltag her im Vergleich zu damals? Also du hast ja gerade gesagt, du bist achtsamer, machst mehr Sport. Wie sieht das konkret aus? Hast du da einen Plan, dass du sagst, acht Stunden arbeiten oder sechs oder zehn und danach ist Schluss? Gibt es eine Morgenroutine? Gibt es irgendwelche Strukturen, wo du sagst, ja, da habe ich eben einfach in den letzten Jahren gemerkt, das brauche ich, das ist mir wichtig? Ja, das ist gerade in Veränderung. Routine in meinem Job relativ wenig, weil die Mandate sind immer unterschiedlich und jetzt aktuell zu Covid-19-Zeiten natürlich starke, ich sage mal, temporäre Veränderungen erst einmal, dass weniger Präsenztermine da sind, sehr, sehr viel online stattfindet. Aber auch da wieder Veränderung, da erhoffe ich mir sehr, sehr viel im Bereich persönlicher Effizienz und Zeit. Der Zeitbeschaffer freut sich gerade über mehr Zeit, weil wenn ich Termine habe wie gestern, vier Stunden vor Ort, aber drei Stunden Autofahren dafür, dann ist das, auch wenn man gerne Auto fährt, weder effizient, noch ökologisch sinnvoll, noch hilft es in der Sache, weil diese Zeit im Auto ist dann einfach nur weg. Man kostet Geld. Und die Veränderungen, die wir jetzt gerade stattfinden, im geschäftlichen wie im gesellschaftlichen, dass Homeoffice, Video Calls, Arbeiten auf Serverstrukturen, jetzt auf einmal gehen, wo ein Unternehmen vor kurzem noch jemand gesagt hat, nee, um Gottes Willen, das wollen wir nicht, die etablieren sich. Ich hoffe, die bleiben dann auch, wenn diese Pandemie überstanden ist. Weil es ist eine riesengroße Chance in jedwiger Form. Und sie bringt einfach auch Lebenszeit in dem Fall. Natürlich kann man nicht alles per Video Call machen. Live-Meetings wird es auch künftig geben und Fahrzeiten. Aber man kann da noch einen erheblichen Teil optimieren. Und das verändert sich gerade. Gut und aufgrund des recht frisch veränderten privaten Leben, muss man auch gucken, wie man das wieder mal voneinander rüttelt, und alles. Aber das wird sich ergeben. Ich fahre jetzt zum Beispiel aktuell meinen Sport wieder hoch, weil ich alleine trainieren kann. Gut, Wettkämpfe, ich bin sonst europaweit, bis in die USA teilweise auch unterwegs. Das ist gerade halt alles nichts. Aber nutzen wir die Zeit zum Vorbereiten für nächstes Jahr. Und was machst du für Sport? Jetzt lass mal die Katze aus dem Sack. Ich fröne dem Spezialradsport. Das heißt, ich fahre Liegeradrennen und bin da bei deutschen, europäischen Meisterschaften, Weltmeisterschaften unterwegs und in einem kleinen internationalen Rekordteam verbandelt. Das heißt, wir fahren auf verschiedenen Strecken, Wettkämpfe. Das auch ganz erfolgreich mit unserem kleinen Team. Also bei mir steht auch die Europatitelverteidigung an. Die fällt dieses Jahr halt aus. Und mein Team Spezi ist dreifacher Weltmeister, siebenfacher Weltrekordhalter. Da machen wir also solche Dinge auch wie in der Ebene über 120 kmh, ohne Hilfsmittel mit dem Fahrrad zu fahren. Und hast du das schon immer gemacht? Oder ist das auch ein Sport, den du dann aufgrund der Rückenprobleme angefangen hast? Oder wo du einfach mal eine Inspiration bekommen hast? Genau. Radsport habe ich schon immer gemacht, von Jugend an. Mal mehr, mal weniger. Und als ich 2000, 2001 diese massivsten Rückenprobleme hatte, wo ein halbes Jahr gar nichts mehr ging, dachte ich mir, was machst du denn jetzt? Rennradfahren ist definitiv vorbei, geht nicht mehr. Und so bin ich dann zum Liegeradfahren gekommen. Und ein Jahr später bin ich den ersten Wettkampf gefahren. Aber auch da wieder, aus dieser Krise, Rücken kaputt, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern was gibt es an Alternativen? Vielleicht ist das einfach auch so mein Naturell, dass ich sage, okay, Problem, du bist da, wollen wir mal sehen, was wir damit machen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die ticken etwas anders und sehen beim Problem nur das Problem und jaulen der guten alten Zeit, der vermeintlichen hinterher. Ich sage immer, wenn das Problem da ist und du kannst es nicht ändern, dann muss dir halt was anderes einfallen. Was würdest du jemandem empfehlen, der, oder sagen wir mal anders, viele Menschen ändern ja ihr Leben erst, wenn, sage ich mal, Sachen von außen kommen. Schicksalsschläge, Krankheit, ein nahestehender Mensch stirbt oder eben wie bei dir, der Job fällt weg. Wir können ja aber schon viel eher unser Leben ändern und schauen, was will ich denn eigentlich? Was würdest du so jemandem empfehlen, der jetzt gerade, der innerlich für sich spürt, so richtig passt das nicht, was ich ja eigentlich, was ich hier mache. Ich müsste was ändern, aber weiß nicht wie, weiß nicht wo. Was würdest du so jemandem jetzt mit deiner Erfahrung empfehlen? Da gibt es für mich mehrere Ebenen und letztendlich bin ich da ja auch in der Vergangenheit nicht anders gewesen. Wirklich Veränderungen gab es durch Impulse von außen. Aber es geht ja auch weniger schmerzhaft. Ja, klar. Es geht weniger schmerzhaft und das durfte ich in der Krise letztes Jahr halt kennenlernen, dass neben den rein sachlichen Dingen geplant und Veränderungen habe ich schon immer gemacht. Also wo willst du beruflich hin? Wie arbeitest du auf dem Ziel hin? Aber das ist alles immer sehr sachlich. Weniger dieses, wer bin ich denn eigentlich? Was will ich? Was will ich nicht? Habe ich auch schon gemacht. Zum Beispiel bei der Wechsel von Konzernen in die Unternehmensberatung. Das war ganz genau so eine Situation. Aber auch wieder durch einen Impuls von außen. Und heute gehe ich bewusster damit um im Beruflichen. Da gehören natürlich planerische Werkzeuge dazu. Als Organisationsentwickler sollte man das ja auch können. Auch für das eigene Geschäft. Sprich, wo will ich nächstes in drei, in fünf, in 15 Jahren sein? Und was muss ich dafür tun? Aber was mir sehr stark geholfen hat in der persönlichen Krise, die Begleitung durch eine erfahrene Systemaufstellerin, die mit mir, an mir selbst gearbeitet hat. Wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin? Und also eine überhaupt nicht technische Ebene. Und so eine Begleitung kann sehr, sehr hilfreich sein. Nicht nur in der Krise. und ich habe die Nicoline immer noch als sehr, sehr gute, ich sag mal, Coaching. Und wo wir uns über ein Netzwerk eh kennen und dann immer wieder mal austauschen. Und auch jetzt mit dem, mit der neuen Partnerschaft, wohin geht das? Wie kann, kann man das entwickeln? auch da habe ich das Glück, jemanden zu haben, dass meine Partnerin sieht es sehr, sehr ähnlich und wir sprechen über diese Dinge. Und das ist in der Beziehung vorher wahrscheinlich viel zu wenig passiert. Und deswegen ist die auch gescheitert. Mitgeben, ja, hinterfragt euch selbst. Wo steht ihr wirklich? Und wenn ihr nicht wirklich weiterkommt, sucht euch Hilfe dazu, sucht euch Sparingspartner. Da ist es vielleicht manchmal sogar besser, jemanden zu nehmen, der dafür auch eine Vergütung nehmen muss, weil es ein Geschäft ist, aber dann es wirklich neutral sieht. Es können auch Geschäftspartner sein, gute Freunde, Bekanntenkreis, aber wo habe ich das Vertrauen? Und sind Freunde immer gute Berater? Fragezeichen. Aber der Kernpunkt sollte sein, bereit zu sein, sich selbst als Person zu hinterfragen, wer bin ich, wo will ich hin und ganz wichtig, wer will ich nicht sein, wo will ich nicht hin? Und wer diese Fragen sich selbst nicht stellt, kommt garantiert daraus, wo er nicht sein möchte. Kann ich aus leidvoller Erfragung bestätigen. Ja, und dann tut es erstmal richtig weh. Aber auch dort kommt man wieder raus. Richtig, das ist die gute Nachricht dabei. Ja, aber es geht auch mit etwas weniger Schmerz. Ja, manche stehen da ja drauf. Nein, das kannst du rausschneiden. Ralf, gibt es was, wovor du Angst hast? Also ich meine, du hast jetzt viel erlebt, und viele haben Angst vor eben, was dir passiert ist, Ende der Beziehung, Jobverlust, Krankheit, das sind so die Klassiker, wovor viele Menschen Angst haben. Hast du vor sowas noch Angst, oder gibt es noch was, wovor du Angst hast, oder hast du inzwischen auch durch die Erfahrung, sagst du, nee, es kommt eh, wie es kommen soll, und ich werde damit umgehen, auch wenn ich heute noch nicht weiß, wie. Das ist meine Grundeinstellung. Wovor ich Angst habe, das ist dann eher in konkreten Situationen, wenn die vor einem stehen, dass jemand, der einem sehr wichtig ist, ernsthaft erkrankt ist, oder man selbst betroffen ist. Im Straßenverkehr irgendwelche verrückten Situationen, beim Radsport hat man die bei jeder Tour. Ich würde das jetzt aber nicht wirklich Angst nennen, sondern eher Obacht. Was ist jetzt gerade los, was passiert hier? Und das Einzige, ja, wirklich angstvolle Momente, wenn man in Gefahr steht, jemanden zu verlieren, der einem sehr wichtig ist. und solche Situationen hat, glaube ich, jeder schon erlebt. Aber auch da, Angst ist ja nichts Schlimmes. Angstgefühle sind Selbstschutz. Die Frage ist, ob man dann diese Angst verfällt und wie so ein Kanickel vor der Schlange in die Starre geht und nur darauf wartet, dass die Schlange zuschlägt. Oder ob man sagt, okay, es ist jetzt so, da hat jemand Krebs, da ist jemand an Demenz erkrankt, da ist ein Job weg, da ist eine Wohnung abgebrannt, was auch immer. Angst in dem Sinne, wie das Kanickel vor der Schlange sitzen, ist dann kein guter Ratgeber, weil sie wird zuschlagen. Definitiv. Ralf, wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Eine letzte Frage, wofür bist du heute dankbar? Ich bin dankbar, auf beruflicher Ebene das zu tun, wofür ich brenne. Und immer wieder von Menschen gespiegelt zu bekommen, dass die genau das merken, dass ich Dinge mache, von denen ich überzeugt bin und die anderen Dinge weitestgehend versuche sein zu lassen. Und das bekomme ich zum großen Teil auch aus meinem privaten Umfeld gespiegelt und da bin ich einfach nur dankbar, dass ich gesund bin, dass ich viele Freunde habe, dass ich eine gute Partnerschaft habe. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre, schlicht wieder greifen. Ich bin dafür dankbar, dass ich Orga- minus pro de Orga- minus pro de Wunderbar. Vielen Dank Ralf für deine Ehrlichkeit, für deine Geschichte. Ich denke, es war viel Inspiration dabei und wünsche dir alles, alles Gute und ich freue mich auf ein Wiedersehen irgendwo und irgendwann. Vielleicht im schönen Elbflorenz, liebe Daniela. Sehr gern. Bis bald, Ralf. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao.